Die Stihl MSA60CP. Diese Kettensäge ist ein hochmodernes Modell aus dem Jahr 2023, das sich durch seine innovative Technologie und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Diese Akkukettensäge ist Teil des AK Akkusystems von Makita, was bedeutet, dass sie mit verschiedenen Akkus von 2, 3 bis 5 Amperestunden kompatibel ist, was eine flexible Nutzung ermöglicht. Ein herausragendes Merkmal dieser Säge ist die 30 cm lange Schneidgarnitur, ausgestattet mit einer speziellen Pico-Mikrosägekette. Diese Kette ist besonders feinzahnig, was zu einer deutlich reduzierten Rückschlag- und Vibrationsneigung führt. Zudem ermöglicht die schmale Schnittfuge eine außergewöhnlich hohe Schnittleistung. Die Handhabung ist besonders komfortabel. Der Bedienhebel erlaubt eine stufenlose Einstellung der Drehzahl des Akkumotors, was eine präzise Anpassung an unterschiedliche Schneidaufgaben ermöglicht. Das Modell, das mit einem 36-Volt-Akku betrieben wird, erreicht eine beeindruckende Kettengeschwindigkeit von 8 m pro Sekunde. Das geringe Gewicht von unter 3 kg ohne Akku macht die Arbeit mit dieser Säge besonders angenehm. Weitere benutzerfreundliche Features sind der transparente Öltank, die werkzeuglose Kettenschnellspannung und der gummierte Softgrip mit ergonomischem Hebel. Der EC-Motor ist nicht nur wartungsarm, sondern auch effizient und langlebig, was die Investition in diese Säge besonders lohnenswert macht. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.